oh mein gott leute der neue battle pass ist draußen endlich bildschung update neues battle pass das ist und zwar der operation gag und platz für dritte fertigkeit jama leute gehen wir rein und oh mein gott ist der geil ich habe einen kleinen anfang bekommen quest auch so ein das geist und jeder bett hat sich firma klar bekommen alles klar da sind wir alle am zocken sagen wir erst mal machen willst und zu bett das freisch halten für 900 kronen auf geht's auf geht's nicht nur eine runde oder also ganz mal gucken was ist das also dabei paar coole sachen ist das spray ok das wird jetzt schicken der dann ganz anderes ding drauf ok das jute marka wo ein assassiner skin hoch ein schön cool aus hier ein neues reiz hier sind wir hier noch so ja rakete krieger skin ja die haben so ein bisschen vertauscht ja hier nachgepatcht aber sonst agias skin sieht auch geil aus mein gott das gehört das vielleicht recht sehen hier war ja hier das letzte es gibt alles klar geil setzt sich jetzt auch cool was gibt es am ende der leder knacker entweder der nacken auf geht's leute ich meine runde so mal an ok bei der maps ist erstmal keine großveränderung ich weiß dass es schon genau haben wir auch hingeschrieben schon mal pilzdschungel hat sich verändert und man sieht denkt man von der map oben pilzdschungel diesen riesigen pilz ist denkt man sich springt jeden direkt ins auge aber ich will natürlich nicht gleich zu den genuagen im ersten wald senke bhaus wie immer also auf geht's ok wir sind gelandet und ich denke mal hier man sieht schon es gibt zwei slots ich kann nicht ach echt gott genau ich habe mich gerade schon gewundert ob man das ist ich merke dass das f ist das ist erstmal eine riesen umstellung ich habe mich wirklich gebunden dass das f ist auch Ohhhh Meist mal gut geholt Reine gekommen Schnell heilen, gut. Aber Leute, wir müssen uns jetzt mal angewöhnen, dass es noch eine zweite Fertigkeit gibt. Was ist das? Ich sage das jetzt die Angriffs. Genau. Das zum Beispiel. Das ist jetzt Angriff. F. Rein, rein, rein. Das ist, wie das Hühnchen entbüxt. Ich hab's ja. Ja, was? Auch wieder. Ich drücke immer G anstatt F. Das ist halt so unfair. Das ist halt immer noch schneller. Ja, bevor ich schon dieses 20%, okay, der hat auf jeden Fall schon ein neues Skin drin. Ja, Jäger ist okay, vielleicht. Aber die erste Runde, gar nicht mehr so schlecht. Geil, Mann. Ich bin überzeugt von dem Game. Cool, gleich bei der Stufe 2, nicht so eine. Ich glaube, die haben nicht zurückgesetzt. Kann das sein? Ne, haben sie wirklich nicht. Mein Gott, hat die mir einen durchgekauft. Okay, Leute, gibt's wohl schon welche, die haben das durchgekauft. Und jetzt, Leute, Pilzdschungel ist einfach so nah dran, oder? Weil ich jetzt mal weiter denke, gehen. Ich geh jetzt einfach mal Pilzdschungel und verkack halt gleich am Anfang. Kann das sein? Alles klar, das ist ja... Das haben die komplett verhindert. Kann das sein, Pilzdschungel wirklich. So habe ich das noch nie gesehen, Pilzdschungel. Ich war wirklich erlangt. Jetzt doch, ich war... Ah, ist das im gestrigen Video? Ne, vorgestern. Das Video kommt nicht Mittwoch raus. Aber ich nehme es am Dienstag auf und... Ja, Leute, ihr wisst ja, Dienstag... 12... 11.45 Uhr sind die Serverdown gegangen. Ich glaube, 13 Uhr ging es wieder oder so. Ich habe nicht ganz geguckt. Ich war auch nicht so online, deshalb... Ich bin jetzt gerade wieder schon gesehen zum ersten Mal im Game. Weil, ist schon geil. Mir gefällt das. Wenn ja so überall was verteilt ist. Das hat schon so seinen Flair, finde ich. Weil du dann halt von... Hier oben rumreiten kannst. Oh, ich bin direkt in die Schmitte gegangen. Perfekt. Ist hier wirklich niemand hingegangen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin überrascht, was Remrae heute rausgehauen hat. Das... Das ist kaum nicht korrekt. Ich kann nicht... Hallo? Hallo? Ich bin direkt in der Fren-Site. Ich bin direkt in die Schmitte. Ich bin direkt in der Oberiman. 承yt, wenn man mich und erwähnen geht. Der ist zzent votre mit prince. Ich bin direkt in die aman. Se règst du das Schmitte. Ich habe mich doch comprendre. Oh mein Gott, legendär. Das freut mich natürlich. Schön, aber das gefällt mir wirklich. Ich muss ehrlich sagen, ich bin überzeugt, dass... Jetzt passen wir vor ein paar Toren, ich weiß ja, kann es gar nicht laufen, aber so mit den Häusern. Das gefällt mir persönlich besser als so, wie es vorher war. So offen, mal ein paar Häuser irgendwo. So, das ist halt mal was, okay, jetzt kann ich auch mal hingehen. Du weißt, das ist nicht so wie jedes andere und es gibt so viele Kisten. Ich soll jetzt sagen, also wirklich, wenn du hingehst, kriegst du auf jeden Fall was. Da muss er sonst wirklich komplett spät ankommen. Wenn die Fee rum ist, also... Du kriegst ja, ich meine, du kannst die Kisten ja eh mal zweimal looten, aber... Sonst dürft ihr eigentlich immer was bekommen. Ich gehe jetzt mal schmieden. Ich muss, das ist wirklich, ich muss nochmal sagen, ich finde das gerade richtig cool. Oh... 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 Mein Gott schnell So gut Wo ist jetzt die Schmiede hin? Hier glaube ich Perfekt rein Neutrale Neutrale ist also egal Es gibt keine Fertigkeit mehr oder wie jetzt? Rüstungsrenker Achso, Hältungsrenker wollte ich auch noch machen Ich verstehe es gerade nicht Also es gibt jetzt Muss ich jetzt gerade nicht so richtig verstehen, oder? Es scheint gerade, also Es gibt jetzt sozusagen zwei Sachen So, das will ich nicht haben Ich weiß nicht, dass es jetzt alles sein kann Es kann jetzt einfach das hier sein Dann ist mein Mikrofon ein bisschen drin Hier, warte So, da kann ich mich besser ran sprechen Wird ich auch besser hören So, das bleibt ja eigentlich einer übrig, oder? Nö, gut Haben wir jetzt ein bisschen was geschmiedet, Leute Kannst du mich auch schon weiter gehen? Ja 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 Ja, ich renne wieder gegen den Baum Perfekt Aber das ist Also Pilzdschungel finde ich, haben sie richtig gut gemacht Huh Wo bist du denn? Hä? Achso, jetzt Warte mal kurz Keine natürlich auch geil Sniper, geil Jetzt haben wir jetzt eigentlich schon ein ganz geiles Equipment Somit können wir jetzt ein paar Leute holen Mich erstmal, keine Ahnung, was ist das ich? Ja, gut, klar Ich renne schon wieder irgendwo dagegen, Alter Leute, ich bin gerade nicht konzentriert, Leute Ich habe auch gar nicht so viel gespielt Aber ich muss Ich kann sie eigentlich, also Die haben Battle Pass Der ist jetzt nicht ganz so meinst Ich finde dieses Armee Zeug So irgendwie Die paar Schilder backen noch rum Es wird irgendwie falscher Skin angezeigt Sondern das finde ich, dass das nicht der ist, der so drauf ist Aber das ist jetzt ja Nicht so schlimm, weil ich meine Battle Pass Die finde ich so eine cool Aber ich einfach nur Um ein paar mehr Kronzorm Weil ich nicht einfach durchdenke Das macht ja jeder so Oh, oh, oh Eh Eh Was? Von wie weit hat er mich getroffen? Von da hinten Mein Gott Gut 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 gemacht Ich würde sagen, jetzt probiere ich mal eine Runde richtig schön durchzuziehen Und ich denke, oh Trinitatis, da war ich so lange nicht mehr Da muss ich jetzt hin Ich hoffe, also irgendwie Mir fehlt ganz ehrlich Jetzt machen wir es kurz so Okay, wir lernen das mal Auf geht's Lass auf jeden Fall ein Like da Abonniert meinen Kanal Werd die Glocke und schubt euch gerne was in die Kommentare So, und jetzt meine alle Leute, die Raumroer spüren Ich würde mich mal freuen, wenn so nicht nur eine Map-Ferendung so pro Update kommt Sondern wenn ihr von mittendrin was verändern Hä? Hä? Mensch, warum haben die denn immer so ein schönes Seifensturmgewehr? Weil sowas würde ich mich natürlich auch mal gerne sehr freuen Ja, und jetzt doch Hä? Hä? Ich rum die Ecke rum Hä? Ich hab sie doch getroffen! Könnt ihr mir doch nicht erzielen? Könnt ihr mir doch nicht erzielen? Wie er einfach immer kein Hit bekommt Ich zieh auf ihn Aber auch so, ja Meine Bombe kriegt auch kein Hit Das ist geil wieder So Leute, die nächste Runde erspare ich euch mal bis auf das Ende Das war wieder mal sehr lustig Leute Also auf geht's Film ab! Ich konnte ihn nicht treffen Alles klar Ich hing im Baum fest Ich schieße auf ihn Ich kriege keinen Hit Weil der Baum da hat irgendwie Alles auf Das hat mich richtig genervt Der hat mich Der hat mich sozusagen Ah! Das Feuergesetz hat mich da reingebacken in den Baum Und mich reingeschoben Oh mein Gott Leute Das war auf jeden Fall mit der Folge Ich hoffe es hat euch gefallen Wir sehen uns nächstes wieder Bis dann Leute Ciao So Hat rein